willkommen 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 hallo so heute mal ein bisschen sehr viel früher quasi kurz nach dem aufstehen ja das trifft es sogar sehr gut unser ziel für heute ist es zum einen die halle der erloschenen zu begutachten und nach oben zur krypta der erbauer und wir holen uns die bäuerin damit wir ein bisschen feldarbeit machen können wollen wir dann hoch zur halle der erloschenen nice ich möchte eben kurz meine heiltränke meine bandagen relativ in die nähe von meinen waffen wegen das ist eine sehr gute idee ja dann zugriff wow die sind level 10 ok das war's wollen wir die bäuerin holen ja dankeschön gestorben nee du hast genau vor mir die Tür zugemacht ich muss das mal eben klippen bei dir dankeschön oh wie gut aber wirklich so ein meter 50 vor mir ja gut das machen wir dann vielleicht jetzt noch nicht ja gut das machen wir dann vielleicht ja denke ich auch ich bin einmal nach hause zurückgekehrt einfach nur dass man einmal eben seinen bonus zurück holt das ist vollkommen sinnvoll tatsächlich oh war das gerade ja sehr gemein der wird auch nächste woche erstmal eingereicht ja Äh, den Schreiner können wir dann vielleicht auch noch direkt holen, ne? Äh, wo bist du? In meinem Haus. Ne, ne, ich mein, äh, achso, erst den Schrein der Flamme und dann hoch zur Krypta der Erbauerin. Achso, ja, und dann hinterher können wir noch zur Krypta, äh, zur Erbauerbäuerin, äh, Schreiner, meine Güte. Und wo ist denn der? Ach, der ist hier ganz hin. Okay. Ja. Auf dem Weg zur Bäuerin könnten wir auch noch den, achso, Moment, das Ding daneben habe ich gar nicht. Das Ding, was hier links daneben ist, ähm, den Elixierbrunnen. Mhm. Wieso hast du den nicht? Weiß ich nicht. Hast du den? Achso, ich habe da keinen Haken dran, ne. Ah, okay, gut. Dann sollen wir den noch eben machen? Ich wäre vorher zum Schrein der Flamme und dann wäre ich zur, äh, zur Wurzel. Ich wäre jetzt nicht so, äh, zur Wurzel. Ach, der da unten, ja. Genau. Oh. Guck mal, da kommt jemand zum Kuscheln. Finde ich piekiges Küssen. Nice. Ah, da. Ja, wenn du den aktiviert hast, kann ich den nicht auch noch aktivieren. Okay. Irgendwie sieht das bei mir grafisch gerade alles ziemlich kacke aus. Du meinst wie... Ja, ich weiß, was du meinst. Aber nur der Altar hier, ne? Ja? Ja, ja, bei mir auch. Okay. Warum denn? Ja, und die Bänke und so weiter. Die Bänke sehen bei mir super aus. Echt? Ja. Bei mir sind das hier alles Polymorph-Blobs. Oder Polymer-Blobs. Also dann jetzt den... Den hier. Ja. Okay. No. Obwohl... Ah, du bist schon... Ja? Ja. Ich musste deinen Stream eben. Ja. Nein! Ich wollte keinen Clip machen. Wir müssen auch die Quest von dem Alchemist machen, die wir glaube ich noch nicht haben, weil dadurch kriegen wir einen Mörser und können dieses Zeug, was wir aus den Insekten rauskriegen, verhackt wohl schon. Ah, nice. Oh, warte mal eben. Das geht echt nicht. Warum wird denn das nicht richtig geladen? Nein, I don't know. Ah. Okay. Äh, welche Richtung... Ach, Pion. Was war denn... Äh... An was bist du gestorben? Hier ist nichts. Da war ein Gegner. Ah, genau vor dir. Ja. Ich hab mich gerade gewundert, weil du lagst da einfach nur. Ja, weil ich hab in dem letzten Moment, bevor er mich getroffen hat, noch einen Zauber abgefeuert und dann sind wir quasi gleichzeitig verreckt. Hm. Sieht auch so aus, als wären hier definitiv noch mehr Gegner. Oh ja, wenn man kommt, wenn man vom Teufel spricht. Oh. Hinter dir. Okay, man kriegt deutlich mehr Erfahrungspunkte, wenn man mit drauf haut. Ah, okay. Ah, okay. Brunnen rein. Das kann sein. Ups. Ups. Ja, wollen wir dann rein da? Ja. Was ist hinter dir? Ich hab grad gesehen. Du kannst hier deine Miasma-Zeit verlängern? Äh, zählt für uns beide. Ah, perfekt. Du hast ne Truhe übersehen. Oh. The fuck? Oh, warte, bevor wir weitergehen. Wird deine Zeit auch erhöht? Nö. Okay. Okay. Ich bin unten. Ciao. Okay, da hinten geht's weiter. Oh. Okay, da hinten geht's weiter. Noch einer? Oh Gott. Ich war genau in der Loot-Animation drin, als er zugeschlagen hat. Ja, hab ich gesehen. Da unten ist einer. Uh-ha. Uh-ha. Oh Gott. Oh Gott. Uh-ha. Uh-ha. Ah. Uh-ha. Oh Gott. This war's, was er hat. Oh. Ich bin ein Glaskanon, das funktioniert so irgendwie nicht. Merk ich. Ah, von dir ist noch ein Knochenhaufen übergeblieben, ach da liegst du, okay. Dankeschön. Bitteschön. Oh ja, ich muss ja noch meinen Tod erhöhen. Hast du jetzt auch den Fähigkeitenpunkt bekommen? Äh, da müsste jetzt bei dem Elixierbrunnen bei uns beiden der Haken sein. Oder? Gegner. Die machen halt echt böse Schaden. Oh ja. Ist bei dir auch der Haken dran? Bitteschön sagt sich, hör dich im Übrigen nicht. Ah. Wow. Ähm. Ist bei dir auch der Haken dran? Äh, ja. Ja, dann Elixierbrunnen erhalten beide. Ich denke mal diese Wurzeln nur derjenige, der die fällt. Ja, okay. Au. Zu dumm bei mir. Aber? Loot. Oder auch kein Loot. So. Hallo! 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 Hallo Lala! Hallo Lala! Hallo Lala! Hallo Lala! Tja, Tja! Gibt's hier noch mehr zu Looten? Meine Sachen sind kaputt. Das ist nicht so gut. Ich höre Gegner. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe dir meinen Mana Ring geschickt. Dankeschön. Kann es sein, dass ich immer respawn? Nee, eigentlich nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, ich muss mal nach Hause. Ja, ich auch. Mein Zauberstab ist vielleicht kaputt. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. 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 Okay. Okay. So, noch einmal eben das machen. Ähm, ich habe noch einen Ring übrig. Ich hatte dir gerade einen geschickt mit Ausdauerregeneration, ne? Mit meiner Regeneration hast du mir geschickt. Ich habe noch einen mit plus 8 Ausdauerpunkte und plus 10 Lebenspunkte. Willst du den haben? Ah, ne, den habe ich schon. Siegering des Wächters. Hm, der ältesten. Oder? Ja. Ja. Äh, ich hole mal eben Akkus. Yo. So. Und jetzt gleich Angriff auf die Bäuerin oder wat? Auf jeden Fall. Halt! Halt? Ja, nochmal ausruhen. Achso. Auf jeden. Aber wir können auch die andere Miasma-Wurzel machen. Ja. Du meinst den Elixierbrunnen, ne? Ja, genau. Der kurz davor ist. Ja. Das Ding ist, wenn du die Karte aufmachst, finde ich, sieht es aus, als wäre alles direkt nebeneinander. Wenn du über die Map läufst, ist es einfach super weitläufig. Ja. Das finde ich aber ganz cool. Auf jeden Fall. Das ist richtig gut gemacht. Äh. Oh, was ist das denn? Da ist ein Keller. Da sind garantiert Spinnen drin. Ja, da waren wir schon drin. Ich kann es von hier aus riechen. Äh, war da ne Truhe? Ja, das haben wir schon gelootet. Ja, die kannst du wieder looten. Äh, ich glaube, sowas können wir nicht looten, weil das das Gegenstand ist. Äh? Achso, das war der Grab, des Grabdings, ne? Ja, ja, genau. Filz. Ja, das war der Grab. Ich würde nämlich jetzt einmal eben ne Runde pennen und dann da unten leuchtet so ne Lampe. Da würde ich dann als nächstes gerne hin. Ja. Willst du eigentlich noch Once Human spielen? Boah, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann nochmal, aber jetzt gerade habe ich so gar keine Motivation dazu. Okay, weil da ist ja jetzt die nächste Season angefangen. Also hier die Season-Reise. Achso, war die alte Season schon ruhig? Ne, ne, ich meine hier, wie heißt das? Ach, mir fällt der Name nicht ein. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, die nächste Woche so. Hm. Oh, Garten. Gott. Okay. Okay. Wir alle sind müde, aber ich versichere euch, dass ich bald weitere Tinkturen und Heilmitte bereit haben werde. Ich bitte um etwas Geduld. Ihr werdet sie im Turm abholen können. Ich habe bemerkt, dass einige von euch zu widerwärtigen Mitteln greifen, um sich zu schützen. Ich bitte euch, von solchen extremen Maßnahmen Abstand zu nehmen. Produkte vom Schwarzmarkt sind höchst gefährlich und ich möchte nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Man kann nicht wissen, was solche Elixiere möglicherweise anrichten können. Balthasar. Schutz vor dem Miasma. Ähm, folgenden Vorsichtsmaßnahmen gegen das Miasma müssen stets beachtet werden. Begebt euch nicht in Täler oder in die Nähe von Schussgebieten. Das Miasma wird euch überflucht. Vermeidet den Kontakt, atmet es nicht ein und schützt eure Augen. Nach Kontakt sofort mit zugelassenen Medikamenten behandeln und unter Quarantäne stellen. Bitte nehmt nur verschriebene Medikamente ein. Haltet euch vom Elixier fern. Seine langfristigen Auswirkungen sind unbekannt. Balthasar. Ja, der Gute hat... Achtung, Ratte. Missviecher. Ja, der Gute hat da so ein bisschen was zusammengepanscht. Habe ich das Gefühl. Mhm. Liegt es an mir oder liegt es an dir? Irgendwer hat gerade irgendein Tag Internet, glaube ich. Oh, es liegt an mir. Cool. Warum? Warum? Ich habe gerade eine Latenz von 80 gehabt. Oh. Ja, nee. An mir kann es nicht liegen, weil deswegen spielen wir auf dem Server. Ja, weil auch Discord, äh, du hörst dich teilweise an wie ein Roboter, aber wie gesagt, das kann halt auch an mir liegen. Oh, da ist noch ein Zettelchen drin zu lesen. Ich werde mein Haus beschützen. Ich konnte am Rauch am Horizont erkennen, dass sie auf dem Vormarsch waren. Viele sind geflohen, aber ich bin noch hier. Sie knurren schon vor der Tür. Ich werde dieses Haus halten, wie es meine Vorfahren getan hätten. Ich habe unseren Schutz unter den Steinstufen versteckt. Äh, Schatz. Dort ist er sicher und gut aufgehoben. Weit weg von ihnen. Ich bin auf alles vorbereitet. Oh, es gibt Filetten. Oh, operieren. Oh. Oh, danke schön. Ich habe herausgefunden, dass ich den trotzdem ausrüsten kann, weil der ist in dem Ausrüstungsslot im Inventar und der kleine Zauberstab, den ich in der Hand habe, der ist unten in meiner Leiste drin. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ah. Das ist genauso wie mit einer Fernkampfwaffe. Du kannst theoretisch, trotz dessen, dass du, ähm, Schild und Schwert trägst, noch oben als zweite Waffe einfach in den Slot reinziehen. Äh, ja, habe ich gemacht. Damit ich notfalls irgendwelche Schalter abschießen kann. Äh, ja. Ich bin gespannt, ob das Level hier schon so ist, dass wir hier hingehen sollten. Oh, mal gucken, ne? Oh, Level 9. Oh. Komm, du schaffst es. Du musst nur noch einmal draufhauen. Ich glaube an dich. Okay, dann machen wir den Elixierbrunnen wann anders. Ja. Dann erst mal zur Quest. Was ist das? Ein Haus. Ja, ja. Da hinten sind fünf Wölfe. Oh. Ja, hier ist nichts. Wir sind Stufe 5. Mhm. Ja, Lala hat er gefragt. Achso. Ja, ja. 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 Nice. Standort oben. Irgendwie habe ich Angst, dass wir hier sofort überfallen werden. Irgendwie schon. Okay, wir müssen Schalter finden. Drei. Ja. Oh, das sieht nicht lustig aus. Oh, das sieht nicht lustig aus. Nee. Achso. Ha! Ich habe einen Schalter gedrückt. Nice. Yes. Ich lauf dir einfach gerade nur hinterher. Wir? Ja. Ja. Ich muss ein bisschen Ausdauer regenerieren. Zweiten Schalter. Ja. Ah. Oh. Okay. Okay. Was ist hier? Oh, ich bin da gariert. Oh, een. Oh. 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 Also hier krabbelt es überall und, 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 aber du siehst nirgendwo Gegner. Yep. Oh, oh. Hm. Hier ist nix. Ah, Tür. Und den Letzten. Nice. Hab ich auch mal was mit beigesteuert. Oh, Truhe. Hier ist ja gar nix. Also hier ist ja nicht ein Gegner. Hm. Irgendwie dezent das Gefühl, dass wir hier irgendwas kaputt gemacht haben. Ach, Quatsch. Ja, das war's dann hier auch schon, ne? Okay. Okay. Ja, ich positionier draußen mal noch ein, äh, Altar, damit wir hier in die Nähe reisen können. Hm. Ich pack die Bäuerin erstmal bei mir mit ins Haus. Hm. Oh, ich kann keine weiteren Altäre platzieren. Verdammt. Äh. Welchen können wir denn löschen? Kannst du zudem... Nähe Fahntal reisen? Obwohl Fahntal... Nee, den können wir da eigentlich stehen lassen. Oh. Oh. Oh, wir können... Blumenerde. Wir haben da schon so'n, 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 so'n Samengedöns gemacht. Hm. Wir können Buschsätzlinge machen. Oh ja, für, ähm... Wie heißt das gleich noch? Für die... Äh... Genau. Blaubärbüsche. So. Hm. Achso, nee, ich glaube, das ist nochmal ein extra Ding. Hä? Äh, ja, wir können Buschsätzlinge bauen, wir können aber auch... Bärenbuschsätzlinge. Genau. Ja. Oh. Ich produziere mal Mais-Sätzlinge. Mhm. Mhm. Und... Was hattest du? Ah, noch gar nix. Äh... Da würde ich noch Bärenbüsche machen. Hm. Oh, und jetzt brauchen wir Knochenmehl. Ja, ich hab ja, äh, eben, als ich rumgelaufen bin, noch ganz viele Knochen gefarmt, äh... Könnten wir mal eben ansetzen. Okay, Moment. Hey! Ich sortiere erstmal alles wieder zu. So, was wir auch machen können, ist unsere, äh, unsere Flamme aufwärten. Okay. Okay. Da brauchen wir, oh. Noch zwei Funken und... Hattest du... Du hast den Altar schon auf... Oh, ja, hast du. Okay. Mhm. Jetzt ist der noch ein bisschen krasser. Mhm. Wo ist denn hier das Map-Ende? Oh. Was? Hier hinten. Wo bist du? Fast im Dorf. Oh, wow. Ja. Richtig gut. Was ist denn die düster Dickicht, warte. So. Verlorene Handspindel. Wenn du denkst, dass wir machtlos sind, liegst du falsch. Mit meiner Handspindel könnte ich bessere Rüstung für uns herstellen und unsere Überlebenschance erhöhen. Ich habe sie vor langer Zeit bei meiner Flucht im düster Dickicht verloren, in der Nähe von Westcoat, als ich rastete. Warte nicht länger, ich halte dir den Rücken frei. Okay. So, und hat der Schmied was Neues? Nö. Es wäre ja auch nett, wenn die dran schreiben würden, was für ein ungefähres Level man bei den Quests haben sollte. Ja. Oh, die Jägerin hat neue, ähm, Ausrüstungssets. Ja, die kriegst du durch Dingstens. Durch was? Äh, ach, wie heißt das gleich noch? Äh, die kriegst du, wenn du, ähm, die Handspindel freischaltest. Ach so, ja. Glaub ich. Warte. Ja, dafür braucht man Leinen und Reptilienleder. Für das Weitläufer-Set. Ja. Und für das andere braucht man nur Leinen. Catch you later. I have to. Vielen Dank. So, wenn wir mal zu den Salzminen hingehen, das ist, äh, beziehungsweise erstmal zu alten Wunden heilen und dann zu den Salzminen, das sind die zwei Fragezeichen direkt neben unserem einen Zuhause. Erst Ausruf. Okay, äh, erst noch was anderes machen. So. Wow, ich hab'n Eiszauberstab, der ist auf Stufe 1 so gut wie mein alter auf Stufe 3. Oh Gott. Okay, ähm, ganz wichtig bei den Blaubeerbüschen, ne? Ähm, die haben mehrere Stati, die können auch groß aussehen, aber, äh, wenn die noch keine Früchte haben, dann kriegst du nur Gras. Hm. Jo. So, du wolltest jetzt die Salzwine machen. Ja, beziehungsweise erstmal, äh, das Fragezeichen rechts neben unserem Porter direkt alte Wunden heilen. Kann sein, dass wir dadurch den Mörser dann kriegen. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wo du dich hinportest. Ne, weiter links. Ja, da, ja, oh, wow, du hast ja gar keine Quest. Äh, weil rechts, genau rechts daneben ist bei mir ne Quest. Guck mal, ob der, äh, Alchemist vielleicht ne Quest für dich hat. Ja. Sprich mit Balthasar. Ja. Genau, da kriegst du die Quest und da rauskriegt er hinter den Mörser, glaub ich. Ja. Musst du mal bei dem irgendwas herstellen? Ne, eigentlich nicht. Also doch hinterher die beiden Sachen da oben, aber, äh, dafür brauchen wir den Mörser erst. Da, wo die Ausflugzeichen dran sind. Ja, die hab ich ja nicht. Ach, das hier. May the flame guide your way. Okay. Bei mir steht jetzt hier, äh, verpasste Gluteil Quest. Oh, kann es sein, dass wir die nacheinander machen müssen? Wie nacheinander? Dass, wenn ich die fertig hab, du dir es annehmen kannst. Weil ich hab auch noch eine verpasste Gluteil Quest, aber ich weiß nicht, wie ich da dran komme. Warst du hier hinten schon? Ne. Ne. Ich bin Level aufgestiegen, hab gar nichts gemacht. Oder den persönlichen Fortschritt-Modus verlässt? Was ist denn? Sprich mit Balthasar. Ah. Ah. Ähm. Lala meinte, du bist schon Level 9? Aber du bist Level 5? Ja. Naja, vielleicht seid ihr 5 aus wie eine 9. Ah, das kann sein. Weil ich noch nicht in der Region war, hast du mit Emily Fry gesprochen. Du schaffst das nicht. Wenn das die Frage war, keine Ahnung. Äh, mit der Bäuerin hast du gesprochen und die Quest angenommen. Ach so, ja. Ja, weil ich nicht in der Region war, wurde die bei mir nicht getriggert. Oh no. Ja. Äh, du schaffst das tatsächlich, Flammenblut. Du heilst die Hochweiden. Doch unsere Welt ist riesig, glaub mir. Ich hab schon öfters bereit, krieg dir dein Augenmerk auf die Warte im Düsterdick. Okay. Und jetzt ist sie immer noch da? Ne. Aber ich hab bei mir trotzdem nix da angezeigt. Aber gemacht hast du die auch noch nicht, oder? Ne. Ne, ich glaub ich könnte mich dran erinnern, wenn ich gestern an einem Haus vorbeigelaufen bin, wo sich Trilladen rote Pilze wachsen. Und Tomaten. Es könnte aber sein, ähm, dass, äh, du warst ja auf der Erkundungstour, ne? Ja. Dass du irgendwelche Sachen gelesen hast, die ich, äh, halt nicht mitgekriegt hab, weil ich nicht online war. Und deswegen hab ich diese Quests nicht. Weil jedes Mal, wenn du... Du hast zwei Zettel gelesen. Ja. Äh? Aber das waren nur stinknormale Zettel. Ich wusste nicht, dass da Quests rauskommen können, dann hätte ich die nicht angerührt. Ne, ne, äh, es kommen, äh, Questmarkierungen bei raus. Oh, shoot, das wusste ich nicht. Oder Markierungen allgemein. Ja, ist ja alles gut. Äh, hier hinten ist ein Zettel zu lesen. Wow. Meine letzte Reise, mein Bruder, für mich scheint alle Hoffnung verloren zu sein. Die Krankenschwester Helene sagte mir, mir blieb nicht anderes übrig, als mich auszuruhen. Nur über meine Leiche. Die Menschen aus dem Ödland sprechen von den Erbauern, als wären sie allmächtig. Erinnerst du dich an den Opelisten, wo wir als Kinder immer gespielt haben? Ich werde dorthin zurückkehren, koste es, was es wolle. Vielleicht gibt es noch eine Heilung für mich. Folge mir nicht, du kannst mir nicht, du kannst mich nicht aufhalten, Vettel. Da waren wir gestern. Hm, äh, ich hab auch noch einen Zettel gefunden. Ähm, eine Zuflucht. Eine kleine Karawane von Flüchtlingen kam heute aus dem Ödland an. Eine lange Reise. Ich war noch nie zum Umgang mit Fremden, aber es war keine Zeit zum Plaudern. Ich stürzte mich in die Arbeit und verbannte die Wunden. Ein Kampf um Leben und Tod, auch jetzt noch. Traurigerweise haben einige verloren. Wir haben sie in der unteren Gruft zur Ruhe gelegt. Möge, mögen die Nordwinde sie ins Jenseits geleiten. Es gibt einen, der trotz all dem überleben könnte. Überleben könnte. Eine tiefe Beinwund, aber vielleicht nicht zu schwerwiegend. Der verwundete Salim lächelt viel. Er sagt, dass er mir sein Leben verdankt. Reines Glück, denke ich. Ja, ich hab mal Salim mitgebracht. Und? Dann kommen wir gleich noch nach unten. Eine neue Saison. Die Neuankömmlinge verschwenden keine Zeit. Sie errichten etwas ohne Rast einzulegen. Ihre Entschlossenheit ist beinahe fanatisch. Ein Refugium der Flamme soll das sein, sagt Salim. In manchen Nächten blieb ich in der Nähe der Karawane. Salim besteht drauf. Am Feuer sprechen sie über ihre Heimat. Dem Sand und den Verfall. Ich höre so viel Leid. Ich bin wie eine Narzisse, sagt Salim. Das erste Zeichen des Frühlings. Er ist ein Narr, wenn auch ein Niedlöcher. Auf in den Kirchenturm oder was? Oh ja. Oh, Truhe. Sehr cool. Der Raum hier unten hat auch noch einen Keller. Steinziegeldachblöcke. Oh nice. Aber die haben wir ja schon. Ja. Dein Schwert leuchtet. Ich weiß. Voll gut. Braucht man keine Fackel. Oh boy. So viel zu lesen. Okay. Mit einem Fuß im Grab. Heute haben wir wieder einen zu Grabe getragen. Die armen Leute. Sie sind den ganzen Weg gereist, um Schutz zu finden. Doch hier gibt es nur Ruinen und Schrott. Diese Kirche wird nicht viel mehr standhalten. Das hat Helene schon gesagt. Der Wind heult und bahnt sich jede Nacht neue Wege in unsere Hallen. Unser Dach wurde von den Stürmen zerrissen. Und wir sind zu sehr damit beschäftigt, die Leute der Karawane zu versorgen, um es zu flicken. Trotzdem müssen wir bleiben. Wir werden hier gebraucht und werden anderswo kaum eine Unterkunft finden. Diese Vagabunden nehmen... Neben... Moment. Diese Vagabunden neben Reliksen und Attenpakten zu begraben, kommt mir falsch vor. Aber vielleicht hat Helene recht. Vielleicht müssen die alten Zeiten neue... Neuen Bräuche und Frieden Platz machen. Ich habe die Vagabunden gefunden. Tür ist blockiert. Tür ist blockiert. Wahrscheinlich geht die erst auf, wenn wir... Ah. Wenn wir hier vorne die Kiste looten. Wahrscheinlich. Bereit? Metallstern, Streitkolben. Ja. Da geht nicht die erste auf, sondern gleich alle. Ja. Ja. Hier sind noch welche. Oh. Kannst du die Truhe auch plündern? Ne. Oh, schade. Danke. Oh, wow. Das ist ein Skin aber nur, oder? Würde ich dann, äh, in unserer Butze in irgendeine Truhe reinpacken? Ja. Oh, ne. Oh, auch nicht. Ja, ich könnte schwören, dass das das Kleid von Helene ist. Ich würde auch sagen, dass das das Kleid von Helene ist. Okay, dann, äh, Salzmine. Jo. Warte mal eben. Obwohl, ne, passt. Da oben war ich schon. Warum steht hier mitten auf der Kreuzung ein Brunnen? Weiß ich nicht. Ich hole mal eben den Obelisten hier hinten. Ach, Obelisk, der Erbauer. Äh, ne, ne, äh, sorry, den Altar von uns. Ach so, ja. Aber das ging relativ schnell. Oh. Die Erde sieht so spüchers aus. Oder? Ah, ne, das ist der Schatten. Wow. Ja, ich bin mir jetzt schon wieder fast sicher, dass das nicht so unser Level ist. Oh, doch, ich glaub schon. Ups. Ich spüre das Glück. Das Salz säumt jede dieser gottverlassenen Klippen. Es hängt in der Luft, verwandelt rum in Lauge. Und doch kann ich es schmecken. Hier wartet etwas auf mich. Ich spüre es tief in den Felsen. Eine Vibration auf meinen Fingerspitzen. Ein Puls. Das gleiche Zucken, das ich spüre, bevor ich einen Ast ziehe. Ich kenne es nur zu gut. Dieses Brummen wird meine Pechsträhne beenden. Endlich ein wenig Glück. Bertram. Und du müsstest... Hattest du jetzt auch links oben so eine Quest-Anzeige bekommen? Ja. Okay, gut. Dann ist das wirklich... Man muss online sein, wenn man Sachen liest. Ich habe dir was geschenkt. Keine Ahnung, ob du es brauchst oder nicht. Habe ich gesehen. Wunderbar. Und direkt zerlegt. So. Ich wollte jetzt mal die Quest hier auch auswählen. Salzminen-Standort. Aktive Quest. Damit man sieht, wo man hin muss. Oh nee, ich höre es schon wieder. Level 5. Das ist okay. Eckstädter Salzmiene. Oh, Level 6. Oh. Hä? Ach, die Viecher... Nee, du gut? Nee, ich. Oh. Und Quest abgeschlossen. Ach so, ich bin auch schon Level 6. Oh wow. Ich war nicht mitbekommen. Halt, oh. Tülülülü. Oh. Oh. Wieso lebt der wieder? Ich habe den getötet. Weiß ich nicht. Hallo, ich möchte dich gerne wiederbeleben. Ich darf dich nicht wiederbeleben. Doch, jetzt. Doch. Jetzt ist er schon wieder da. Ach. Ach. Warum funktioniert denn das nicht? Könntest du dich bitte eben heilen? Äh. Moment. Aber hier ist noch irgendwas. Noch eine Quest. Noch eine Quest? Oh ja. Geheimnis des Gemäuers. Ich glaube, das war das, was wir aufgenommen haben, weil wir den Text gelesen haben. Ja. Ja. Oh. Mit Tabulator kann man den Gegner in den Fokus setzen. Ich weiß. Okay. Gut, dass ich die Triche dabei habe. Ja. Mein Verstand ist scharf wie eh und je. Das Klopfen weiß den Weg. Welch schönes Pochen. Es rüttelt an meinen Knochen, aber mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Meine schüchternen Kameraden lüstet es nicht nach Reichtum. So scheint es jedenfalls. Denn sie sind abgereist, während ich schlief. Wir waren gerade in den Tunneln eingedrungen, an dessen tiefen Ende dieses wunderbare Brummen erklingt. Wie dem auch sei. Mehr für Bertram, sage ich. Vorwärts, ho, Bertram. Ich hätte einen Bogen gerade bekommen. Ja. Der macht, hat zwölf Kraft. Oh ja, den kann ich gebrauchen. Okay, wunderbar. Schenken. Oh, wir müssen nach unten weiter vordringen. Oh, kleine Käfer. Oh, oh. Also dieses furchtbare Getrappel auch ständig, ne? Mhm. Voll unangenehm. Oh. Was ist das? Hast du auch was Neues freigeschaltet? Äh, keine Ahnung. Kann sein, habe ich nicht drauf geachtet, war damit beschäftigt, nicht zu sterben. Ah. Oh. Oh. Drück, drück, öffne mal die Karte. Ja. Und halte mal dein, über das rote Feld, was da zu sehen ist. Welches rote Feld? Äh, Kartenmarkierung, wo wir uns gerade befinden, halte mal da deine Maus drüber. Oh, Brutnest. Mhm. Äh, was will ich tiefer? Äh. 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 Ich dachte, da wäre ja auch irgendwas hinter. Oh. Oh. Wir haben auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit im Miasma, ne? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay, also ich schaffe jetzt in 35 Sekunden auf gar keinen Fall aus diesem Miasma raus. Mhm. Und wo bist du? Ich renne durch die Gegend und hoffe irgendwie einen Ausweg zu finden. Ah, ich bin tot. Ich auch. Mäh. Okay. Oh, no. Ähm. Das war... Ungeplant. Ja. Wenigstens bist du nicht in der Krypta ganz weit weggestartet. Haha. Haha. Mal sehen, ob ich so weit fliegen kann. Mal sehen, ob ich so weit fliegen kann. Mal sehen, ob ich so weit fliegen kann. Oh, ich hab was für dich bekommen. Nice. Ich lese mal eben einen Zettelchen. Mhm. Sporen und Krankheit. Ich glaube, dass sich das Miasma aus Sporen zusammensetzt. Winzige, fast mikroskopisch kleine Fragmente, die sich in der Luft ausbreiten. Nun verdichtet, schwer und wirkungsvoll. Sie setzen sich an Atemwege, Augen, Fell und Haut fest. Und sie verbreiten sich. Die Pilze verströmen ihre Sporen bei Kontakt, aber ihre Wurzeln wuchern schon lange unter uns. Wir haben diese Seuche selbst über uns gebracht, als wir den ersten Elixierbrunnen errichtet haben. Und das erste Elixier daraus gewonnen haben. Der mysteriöse Reisende hat der Verderbnistür und Tor geöffnet. Ich kann nicht hier, wenn ich hier bin. Doch, du bist auch hier. Okay, gut. Ich hab ein Geschenk für dich. Ein schönes Geschenk. Okay. Du hast das nämlich jetzt gerade hier vorgelesen, ne? Oh. Ja. Ich hab's nicht bekommen. Was? Äh, also doch. Das Geschenk hab ich bekommen, aber ich mein, den Zettel hab ich nicht bekommen. Das... Oh. Krass. Ah, das sind Zweihandkolben. Nein. Du hast mein... Das war meiner. Ne, das war meiner. Scheiße, das war deiner. Ich hab meinen markiert. Ich wollte schon sagen, der Ort kam mir so unbekannt vor. Tja. Oh, oh. Glück gehabt. Au. Oh, du hast es fast rausgeschafft. Oh. Aber wir haben hier auch keine Flässe mehr offen, oder? Ne. Ich glaube. Ne. Ja, dann könnte man hier oben die beiden links nehmen, der Krypto, der Erbauerin. Äh, hier, der Bäuerin. Oder erstmal wieder nach Hause. Ach stimmt, den Elixierbrunnen haben wir noch nicht gemacht, weil der vom Level her noch zu hoch war, ne? Ja, genau. Ich würde aber erstmal wieder nach Hause gehen, weil meine Ausrüstung fast kaputt ist. Hm. Kann ich verstehen. Ich hab hier noch was, was ich mir angucken will. Wir hätten die... Bei der Kirche, wo wir waren, ne? Hm. Hätten wir noch ein Stück weiter gehen müssen. Was sind da? Oh, hier sind ganz viele Felder. Oh, wow. Ja, ich hab auch noch Tomaten und rote Pilze mitgebracht. Hm, hatte ich gesehen. So, da ist jetzt die Frage, ähm, ich hab die Prozentzahl auf 200 gestellt, ne? Ist das jetzt... Geht es schneller oder geht es langsamer? Hm, jeder. Oh, bitte. Ja. 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 Christian. Ja. championships. Was ist das? Ich würde gerne Weizen bekommen, weil dadurch können wir Strophedächer bekommen. Was ist das? 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 Oh. Was ist das? Was ist das? Okay, schade. Also wenn du willst kannst du eben hierher reisen, dann kannst du dir die auch nochmal holen. Äh, du bist da... Ich hab da oben so ein Flammenaltar hingestellt. So, wo muss ich hin? Ja. Ja. Was ist das? Was ist das? Oh. 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 Und ich muss hierher? Und ich glaube das war dann hier oben. Da oben? Ja. Oh. 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 Ah ja. Oh. 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 Baue ich eben oben den Altar ab. Und dann einmal nach Hause. Oh, ich hab nen legendären Hirtenstab des Donners. Ja, den hatte ich dir rüber geschickt. Ah, perfekt. Äh, warum hab ich ihn ausgerüstet? Weiß ich nicht. Ich hab ihn ausgerüstet, ich bluf. Der bleibt mir trotzdem im Inventar. Ah. So, den anderen kann ich schon zählen. Oh. Oh. Bei den Blaubeerbischen kann man jetzt sehen, was ich meinte. Die sind ausgewachsen. Du könntest die jetzt ernten, aber dann erhältst du nur Fasern. other three. Ah, okay. Ich kann auch heilen. Jetzt. Oh, wie das denn? Es gibt so Heilungsstrom, also das ist quasi Munition für meinen Stab. Ah. Und wenn ich damit durch dich durch... Warte mal, du hast nicht volles Leben, ne? Äh, nö. Oh, ja. Cool. Aber das kann ich leider noch nicht herstellen. Oh. Aber ich habe Eisbolzen gemacht, so 500. Oh. Ja, vielleicht muss ich irgendwann nochmal neue mir erstmal Flüssigkeit sammeln. Weil vielleicht habe ich die gerade verbraucht. Aber nur vielleicht. Oh, mein Gott. El Momento. Oh. Eh. Oh. 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 Uh, so. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum die Dingsons immer so groß werden. Äh, die Plots für Lenden, äh, für, für, fürs Bauen. Wieso? Ja, guck mal, wie viel Platz das Farbenland wegnimmt. Ja. Und ich hab grad 50 Tomaten noch angesetzt. Oh, wow. Hm. So. Oh. Also dann zu dem einen Zuhause von uns, ne? Äh, genau. Das Unterfahnteil. Okay. 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 Das war's für heute. Was hast du denn hier gejagt? Oh. Ich glaub, dann müssen wir hier nochmal wieder hoch. Hm. Hm. Also mit dem Schwert baller ich eindeutig besser rein. Hm, okay. Weil der Streitkolben ist übelst langsam. Ja, der Hirtenstab hier ist auch relativ langsam, muss ich sagen. Warte mal, waren wir hier schon? Achso, ja, das ist das von der Erbauerin. Genau. Nur von hier aus können wir leicht da nach links rüber. Jo. Sind wir jetzt auf der richtigen... Ja, wir sind auf der richtigen Höhe. Oha. Ja. Oh, verdammt. Das wär geil, wenn es so ein Zauber... Oh Gott. Ähm. War ich das? Ja. Ja. Und das wär geil, wenn man so ne Taste drücken kann und alles in der Umgebung wird abgebaut. Oh, ja. Westcott. Oh, Gegner. Oh ja, Stufe 9. Oh Gott. Okay, ja, es wäre sehr schön zu wissen, welches Level die Gegner haben, ne? Mhm. Oh, noch einer. Okay, der Zauber ist ein bisschen heftig. Ja. Das ist der Feuerzauber, der macht ultra viel Schaden, aber ich brauche halt für 20 Feuerdinger 10 Hearts. Oh. Genau. Ja, deswegen versuche ich die nur bei Wölfen zu benutzen, weil gegen Wölfe ist alles andere ineffizient. Hm. Wollen wir dann hier erstmal links ins Haus rein, bevor wir weitergehen? Ja. Hello. Oh ja, reparieren ist eine wahnsinnig gute Idee. Oh, guck mal, ich habe mich gestern nach im Stream gefunden. Ja. Das war ja mal wieder klar, dass du dich direkt hinsetzen musst, ne? Ja. Selbstverständlich. Oh. Du hast ein Zettelchen zum Lesen. Martas Tagebuch Eintrag 2. Ich erwachte durch den Geruch von frisch geflossenem Blut. Ey. Unterbrech mich hier nicht. Ja. Äh. Ich schaute aus meinem Fenster, wo irgendein Raubtier anscheinend 2 Feenwild gerissen hat. Mühelos, aber sicher nicht schmerzlos. Zuerst schrie ich vor Schrecken auf, aber dann wurde es mir klar. 2 Feenwild, 8 Rippenstücke, vielleicht 10 oder 12 Würste. Blutwurst als Nachtisch. Gallonen von Eintopf, das wird das ganze Dorf zu essen haben. Dem Erbauer sei Dank. Äh. Okay. Dem Tode entronnen und schon gleich erstmal was essen wollen. Martas Tagebuch Eintrag 1. Immer noch nichts zu essen. Immer noch nichts zu servieren. Knochenabfälle und wässrige Suppe. Wann ist unser Ende gekommen? Eine neue Reisende kam an, hungrig und müde. Sie wollte, dass ich die Knochen in ihrem Eintopf lasse. In ihren Augen verbarg sich eine stille Wut. Sie war wild entschlossen wie ein hungriger Wolf. Ich bot ihr ein Zimmer an, aber sie lehnte mit einem Grunzen ab. Sie ging in den Wald, in den Norden, wo sie auf kalten, harten Boden schlafen wird. Eine beste Vision gehört auf jeden Fall in die Wildnis. Ich glaube da geht es um die Jägerin. Mhm. Du hast zwar ein bisschen unten aufgeräumt. Mhm. Ich kann ultra weit schießen mit dem Stab. Oh nice. Ich muss das mit dem Ziel nur noch üben. Okay, hier oben ist auf jeden Fall irgendwo ein Vieh. Ich habe Getrappe gehört. Ja gut, oder auch nicht. Oh, Truhe. Oh. Oh, so ein Marktstand. Wölfe? Äh, achso. Au, ich habe dich jetzt voll erschrocken hier. Ja. Hahaha. So. Äh, hier hinten geht es nur noch mit. Einen anderen Quest weiter? Ja, ich glaube hier haben wir trotzdem noch... Nee. Okay, wir mussten das lesen, damit es weiter geht. Mhm. Warte, ich erkunde noch eben die letzten Häuser hier. Was macht das? Nein. Gegner. Oh. okay du bist genau bei mir auf dem quest marker neue quest markierung position erreicht das ist das lager der jägerin die vollen ist zurückgelassen endlich frische luft nicht mehr schwer vom duft der pollen oder süßer verwesung hier ist ganz schwindelig ich habe seit tagen nicht mehr nicht mehr geschlafen nicht seitdem ich mein meine spindel im düster dickicht auf diesen klippen verloren habe so weit weg aber ich kann nicht zurückkehren ich muss fliehen etwas unheimliches liegt in diesem dickig begraben es breitet sich wie wurzeln im unterholz aus es umwickelt und verstrickt erdrückt und erstickt es schimmert in der dunkelheit zwischen den ästen unter der haut das seidige netz einer silberspinnenden tarantula soll albträume von menschen handgemacht wie ich nun weiß hast du das gehört ja das wird ein ort wo du alleine hingehen darfst da werde ich nicht mitkommen für keinen zehn pferde wieso habe ich dann hier weiterhin diesen questmarker ein paar zu viele wölfe 2 3 1 2 2 Das war unfassbar stressig. Ich hör dich übrigens nicht, falls du mir was sagst. Ich mach mal den Knopf für Stummschalten weg, ey. Ich glaub, ich geh mal zurück in die Base, weil... Ach wohl. Nee, Moment, wir haben die Quest noch nicht fertig. Ja, die sind 1500 Metern rechts, aber... Aber nicht machen. Noch nicht. Also bei mir blinkt auch noch das Quest-Symbol. Bei dir auch? Ja. Aber da ist nichts, was ich noch machen konnte. Ich hab die Brücke blindert. Ja, ich auch. Höhlen-Eingang. Genau, irgendwie... Ja, 1500 Meter in eine andere Richtung. Nach Hause reisen. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, ich glaube, wir sollten den Schreiner holen, oder? Auf jeden Fall Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir im Norden noch zu schwach sind Mhm Weil eigentlich war ja leveltechnisch, nach dem Schmied kamen die Jägerin und dann der Alchemist und der Schreiner Ja, okay Okay. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. 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 What's after? Here we go. Okay. 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 So, ich würde mir mal eben einen Kaffee machen und einmal den Shaker ausspielen. Nicht, dass der anfängt zu schimmeln. Also sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Bis gleich. Ja, da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wollen wir das Schloss da in der Mitte als Zwischenpunkt nehmen? Äh, meinst du das da, wo der blaue Boppel oben drauf ist? Genau, und dann gehen wir nach rechts weiter zu diesem Turm. Mhm. Und ich glaube, dann weiter rechts, wo diese Fachwerkhäuser sind, da müssen wir hin. Mhm. Ja, da sieht der Eingang so aus, ne? Ja, und der Questmarker zeigt so in die Richtung. Obwohl. Ja, egal. Oh, oh. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Ja, da steckt er ich auch fest. Ich hab vielleicht ein Problem. Steckst du in der Wand? Ja, ich fliege gerade in der Wand. Oh. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Hier ist ne, äh, Brücke. Ich bin gestorben, wo du mich nicht wiederbeleben kannst. Jetzt ist alles weg, was ich im Moment hatte. Nee, das bleibt eigentlich da, wo du abgesprungen bist. Ja. Ist gerade aufgetaucht. Oh Gott. Dann kommst du jetzt einfach wieder her. Ja, das ist ja zum Glück nicht das Problem. Ja. Ich bin gestorben. Du meintest die Brücke hier oben, richtig? Hast du deine Sachen eingesammelt? Okay, super. Der Nebel verbrennt die Augen und Lungen, doch er tötet nicht vollständig. Er breitet sich aus, er manipuliert, er zerfrisst uns ganz langsam und lässt nur eine tote Hülle zurück. Es gibt kein Heilmittel dagegen. Nur die Macht der Flamme kann das Miasma im Zaun halten. Balthasar. Nice. Ich glaube, das ist einer der beiden Zettel, die ich gelesen habe, während ich alleine war. Ah. Weg da. Watz. Watz. Ein kleines Loch gesprengt. Joa, hier oben gibt es nichts anscheinend. Ne. No, warte mal. Verdammt. Die Wölfe hatten nicht so ein hohes Level. Die waren nur so One-Hit-Wonder. Oh. Ja, dann auf zum Turm. Ja, ich komme gleich nach, nachdem ich die Wölfe hier erledigt habe, mit denen du mich alleine gelassen hast. Oh, ich dachte, die waren nur so wenig. Ne. Ja, kein Problem. Ich habe aber hier oben noch eine Quest. Liebesbrief von Jasmin. Ich auch. Ich auch. Super. Also. Beastly. I'm liking that game. It's very interesting and I love the building part. So, wir nehmen Wetten an. Wie viel Prozent will er jetzt oder sie Sachen verkaufen? Oh, wenn ich dagegen werte, verliere ich. Das mache ich nicht. Yeah, it's freaking good. And the building, it's a so nice system. Ich habe einen Roman zum Vorlesen, okay? Okay. Und mit Roman meine ich Roman. Ähm. Die Wiederentdeckung eines alten Anblicks. Ich hatte nie gedacht, dass ich noch einmal den Sonnenuntergang auf dieser Seite der Berge erleben würde. Als ich jung war, war die Abenddämmerung noch heller. Ein leuchtender Vorhang aus Lavendel oder Traube, eine Mischung aus Mandarine und Ringelblume, ein blühendes Rot vor der Dunkelheit. Jetzt ist alles grau. Ich bete, dass die Erbauer die nördliche Karawane mit ihrem Licht beschützen. Ich glaube an Syrius. Syrus. Ähm. Glutwacht ist in Sicht. Meine Leute sind müde, aber wir können nicht rasten. Wir müssen für jede Seele, die wir verloren haben, noch härter werden. Und ich habe gelernt, dass wir schnell sein müssen. Ich habe ein seltsames Gefühl, diese Furcht nicht verweilen zu können. Dass ich wieder alleine bin. Warum kann ich diese Angst nicht abschütteln? Nein, diese Vorahnung. Königin, äh, Jasminer. Ja. Wow. Äh. Ich bin glücklich, dass du das Bildungsparte magst. Ich brauche jemanden, um mich mit meiner Basis zu helfen. Ich bin nicht wirklich gut mit dem Bildungsparte. Und, äh, wir sind Level 6. Wir haben gestern angefangen. Äh, okay, wunderbar. Das haben wir fertig. Dann, Krypto der Erbauer. Und dann vielleicht, wenn wir noch Waffenhaltbarkeit haben, können wir noch ein ewiger Zauber machen. Quest, die auch hier in der Nähe ist. Hm. Ich würde jetzt erst gerne zum, äh, zu dem Turm da hinten. Achso, ja. Äh, n, no, thank you. We are, oder, we want to build and experience the game. And, yeah. But thank you. Level 24. So, you play like 50 or 60 hours. Something like that. Level 24, da brauchen wir noch ein bisschen hin, würde ich sagen. So, ich, äh, oh, Gegner. Ich muss nämlich mal meine Waffen upgraden, äh, reparieren. Yes, exactly. Very good guess. Only had it a week. Oh, God. It sounds like an addiction. Just a little bit. Yeah. Hört sich so ein bisschen nach dir an. Was? Jetzt werden sie mal nicht frech, junger Mann. Also ehrlich. Ähm, money did the same. Yeah, it's an addiction. Be careful. Okay. Oh, no. Oh. Irgendwie kann man da nämlich noch hoch. Ich weiß nur nicht mehr, wie. Yeah. That's right. Oh, ich hab's gefunden. Oh, ich hab auch noch was gefunden. Das leuchtet kaputt. Okay, äh. Wo bist du? Oh. Eine goldene Truhe. Ich hab eine Seeigelgruppe bekommen. Eine was? Eine Seeigelgruppe. Eine Seeigelgruppe. Ja. Ist das wieder so ein Fossil? Äh, ja. Oh. Oh. Kleine Fossilien. Eine seltsame Ansammlung von Seeigeln mit unterschiedlichen Größen und Formen. Die meisten von ihnen waren harmlose Meeresbrunner, aber einige trug tödliches Gift in sich, sodass es am Ende, äh, sodass es am besten ist, sich nicht stechen zu lassen. Ah, so, ich reise mal eben nach Hause. So. Yeah, so. Beasley, we are currently at eight hours in the game since yesterday, so I I can relate. Yes. Wie viel Schwachsinn man sammelt, ey. Was? Schwachsinn? Mhm. Also bitte. 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 Und ich glaube, ich mache mir mal eben ein neues Schild. Weil ich habe noch das erste. Oh. Ja. Beim Schmied kannst du dir ein neues machen. Dafür brauchst du aber noch eine Metallplatte. Verdammt, habe ich gerade gesehen. Und es braucht zwei Minuten. Was ist denn ein Spektral-Magie-Schild? Oh, nee, das nehmen wir nicht. Oh, nee, das nehmen wir nicht. Du hast mich voll angelobt. Du weißt schon, dass ich die Dingses erhöht habe. Oh. Ja, okay, ich habe halt nichts gesagt. Ich habe gesagt, schreibe mich an. Äh. Und es wird immer noch Mais. Oh Gott. Ja, wir brauchen eindeutig irgendwie eine Köchin oder so. Hast du gesehen? Oh Gott. Wie viel Mais wir haben. Nein. Was ist denn mit dir? Ich habe dir alle Bandagen verballert. Okay. Äh, wir haben 70 Mais. Ähm. Das ist ein bisschen was. Soll ich dir ein paar Bandagen mitbringen? Ja, das wäre voll super. Ich muss nur eben noch das Garten aufbewahren für... Einmal ein Schild. Ja, ich gehe ja schon. Ausrüsten. Löschen. Vielleicht kannst du auch dann auch noch eben schlummern gehen. Okie pokey. Okay. Okay. Oh. Es ist Tag geworden Oh, warte Bevor ich losreise, immer das Wichtigste Einmal den machen Warte auf mir I got something for you Also den einmal Dankeschön Wie viel Wolfsfleisch hast du noch? 12 Okay, gut Dann brauche ich dir ja nichts geben Dankeschön So Ich würde vielleicht versuchen Nicht unten durchs Miasma zu laufen Da geht eine Brücke rüber Okay, ich folge dir mal Bevor du irgendwelche Entscheidungen triffst Die Richtung Miasma gehen Miasma, Wasserfall Oh ja Also das sieht da unten so aus Als ob wir da sterben könnten Mhm Okay, dann würde ich sagen So Oh, guck mal was gerade aus ist Oh Oh, da ist der Gegner Oh mein Gott Nice Die sind übrigens anfällig Achtung hinter dir Gestern war das noch ein Boss Jetzt ist das ein normaler Gegner Holy Macaroni Ich habe einen Fertigkeitspunkt bekommen Du auch? Yep Cool Dann ist auch bei dir Ring der Feuernis auch erledigt, ne? Ja Ich schätze Auf der Karte Ja Gut Vielleicht müssen wir beide draufhauen Ja Ich glaube nämlich auch, dass es da dran liegt Oder dass ich war gestern schon wieder Oh oh Äh Bei dem anderen zu weit weg Ach, ich kann den nicht schießen Wenn ich keine Mana habe Aber ja Das ist wahnsinnig Danke schön Aber ich habe einen Fertigkeitspunkt bekommen Ich werde das Wichtigste überhaupt jetzt leveln Ich habe ein Geschenk für dich Guck mal Eins, was dich wahrscheinlich freuen wird Nein Oh Oh, Stufe 9 Ja, wenn man den dann noch upgradet Nice Voll gut, oder? Oh ja Legendär 17 22 Okay Den können wir auseinander nehmen Okay Oh, da hinten ist noch so ein Viech Ja Ich glaube, ich muss mal Bäume Farmen Und hoffen, dass ich Harz da rausbekomme Okay Dann musst du Tannebäume farmen Die können wir auch anpflanzen Oh ja, voll gut Ähm Ich habe jetzt oben Ewiger Zauber markiert If you want Jupp Und dann können wir ja die Chance gleich nutzen und ein bisschen Flüssigkeit sammeln Mhm Mhm Oh, dieses Geräusch So Matsch, 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 matsch Bleh Ja, kann man, ähm Wenn wir den Mörser freischalten Oder den Körtl, Mörser Mörser, glaub ich Wenn wir den freischalten, können wir die verarbeiten zu irgendeinem Staub Oh Okay, dann können wir da wahrscheinlich irgendwas draus herstellen Achtung Nicht reinfallen Das ist auf der anderen Seite von dem Plus hier Gott sei Dank, hier ist ne Brücke Ja, ich guck mal eben, ob man hier oben Kommt man auch nicht aus dem Meer erstmal raus, schade Pech So, wo ist die Brücke? Äh, ganz unten So gesehen, auf meine Höhe, wenn du in meine Nähe läufst Dann ist unten da so ein Pilz, der da wächst Ja Und da kannst du einfach dran vorbeilaufen Ah, okay Aber das sieht nach nem Dungeon aus Verstecktes Grab Also eins kannst du Oh Ich wollte grad sagen Bei einem kannst du dir sicher sein Hier sind keine Spinnen Oh, ist hier versteckter Raum? Ja Oh, hast du noch Dietrich hier dabei? Na klar Oh ja Ganz viel Zoll für mich Feuerzauber, Heilzauber Sauber Oh Gott sei Dank Komm mal hier in meine Nähe Oh War ja nicht so viel Naja, aber besser als nix, ne? Ja Oh Oh Was ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Das war ja lächelig. Oh. Äh. Da. Geschenken. Ich hab dir mal den ewigen Zauber geschenkt. Oh, danke. Eine ewige Version des Eisbolzens. Erzeugt unendlich viele Eisbolzen. Äh. Ewige Zauber werden nicht verbraucht. Rüstet den ewigen Zauber aus und nutze mal... Oh, wie geil. Ich brauch keine Eisbolzen mehr. Ja, genau. Dann gibt's das gleiche auch für Feuer. Oh, ja. Äh, muss ich den aktiv ausrüsten? Ja. Das ist richtig nice. Das ist voll gut. Jetzt müssen wir nur irgendwo eine sichere Sphäre finden. Hm. Äh, so. Wir müssen nach da hinten in die Richtung. Oh, da hinten sieht's nicht gut aus. Dann würd ich eher hier hochlaufen. Ja. Oh, hier. In meine Richtung. Ist irgendwas außerhalb der... Oh, oh. Achso, nee. Das ist... Es gibt noch, äh... Wenn du in Mias... Miasma-Bereiche bist, wo du nicht sein darfst, verschwindet deine Anzeige sofort. Ich hab Gegner gefunden. Oh, oh. Niederbauwarte. Stufe 7. Oh, oh. Oh, ja. Stufe 7. Oh, Fertigkeitspunkte. Wo bist du? Hier, komm, zu mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Du wirst mir nicht angezeigt. Hä? Nicht oben als grüner Pin? Jetzt. Wenn wir uns weit entfernt haben, immer der grüne Pin in der Leiste oben. Ja, der wurde mir grad nicht angezeigt, weil du über den besten Marker warst, glaub ich. Oh. Oh. Kannst du mich einmal wiederbeleben? Na klar. Ich bin in das Rote, in diesen kleinen Punkt da reingesprungen. Mhm. Dankeschön. So, wir können hier seitlich lang. Und wir müssen nur irgendwie hier die Wand hoch. Nein. Hast du geschafft? Nee, ich komm nicht hoch. Nee, ich fall immer wieder runter. Und wenn du da den Abhang wieder hoch und dann... bei den Abhang bin ich hochgekommen, aber die Wand da hinten komm ich nicht hoch. Ja, ich bin da einfach gegen geflogen und... Geht nicht. Ich fall immer... bei mir bist du nicht vorher geflogen. Nö. Keine Chance, ich fahre mal nicht hoch. Dankeschön. Und wenn du hier einfach... Ey, das geht nicht. Trotz hier fix, ich komm da nicht hoch. Ja, ich hab keinen Ausdauer mehr. Bist du hier hochgekommen? Ja, ich hab aber auch Doppelsprung. Ja, okay, ich nicht. Nee, keine Chance, ich komm da nicht hoch. Warte. Stimmt, wir könnten uns natürlich auch einfach hochbauen, ne? So, jetzt versuch, jetzt mach. Jihah. Na, darauf hätt ich auch kommen können, dass man sich auch einfach hochbauen kann. Ja, das war erst später. Ich würde jetzt einmal wieder nach Hause reisen. Wow, wir sind voll an der... Ah, nee, wir sind am versteckten Grubeneingang vorbei. Nee, da waren wir drin. Ja, ja. Ich dachte, das wäre die... Hä? Warum ist das nicht abgehakt? Die Grube? Ja. Kann ich dir nicht sagen. Bei mir ist das... Abgehakt. Äh, also nee, bei mir ist es auch nicht abgehakt. Nein. Aber ich hab die Quest nicht mehr. Nein. Nein. Also... Das war's. Wenn sie niederhauen warte, können wir die auch aktivieren, dass wir uns dann dahin teleportieren können? Du bist gemutet. Oh ja, weil ich was geraucht habe. So. Ja, das ist nämlich auch noch so ein Teleportationsturm. Genau. Nice. Ich dachte nur, bevor wir da alle da einmal komplett durchgehen, mit unseren kaputten Sachen wäre es sinnvoller... Oh, Buch zum Lesen. Oh. Oh. So. Oh. Oh. Ja. Hoffentlich können wir auf diese Weise ein neues Zelt einläuten. Walther Saar. Ja. Damit sind wir gemeint. Die haben ja großes Vertrauen in uns. Hm. Oh, du bist noch gar nicht reingegangen? Nee. Okay, ich warte dann auf dich. Ich habe nur einmal geguckt, ob noch außenrum noch irgendwas ist. Nee, das geht nicht. Der ist da auf Augenhöhe. Oh. 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 Ich habe hier alles auf. Hm. Aber... Hast du die Truhe unten schon geholt? Ja. Okay, nice. So. Oh, Gott. Oh. Du hattest hier eine Tür aufgemacht. Hm. Jupp. Eine Tür ist auf. Nächste Tür müsste auch sein. Jo. Äh, den Streitkolben... Meisterhaften Streitkolben mit 30 Schaden, 11 Papierkraft und 0,7 Sekunden Angriffsgeschwindigkeit. Magst du den haben? Ja. Ja. Stell einfach mal rüber. Oh, nice. Dankeschön. Okay. Okay. Oh. Dann können wir weiter. Ja. Oh. 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 Hast du noch die Triche dabei? Jupp. Oh. Jupp. Jupp. Das war's für heute. Ich glaub ich hab'n Knopf gedrückt. Oh. Ja, magst du die Truhe looten? Man konnt's so von innen aufmachen. Oh. Wow. Hä? Nein. Keine Ausdauer mehr. Ist da oben noch mehr? Das kann ich dir jetzt noch nicht so genau sagen. Okay. Oh, schade. Alter, dass der null Ausdauer hat, ist ja auch echt. Äh, hier ist sonst nichts mehr. Okay. Aber die Tür, wo du jetzt gerade bist, sollte aufgegangen sein, oder? Ja. Also wir können hier runter. Die Niederaue wird von einer Krankheit heimgesucht. Es überflutet von Galle und Bitterkeit, Kämpfe gegen das Miasma an und offenbar die Lichtung, die sich darunter befindet. Unter all dem Verfall liegt ein grenzenlos... ...liegt eine grenzenlose Wildnis von unermesslicher Schönheit verborgen. So, und wir müssen jetzt nach da hinten. Nein! Jetzt wär ich fast hier runtergegangen. Okay. Hattest du schon geguckt, ob hier noch irgendwo Truhen stehen? Außenrum, also linksrum war nichts. Nö. Da wo du jetzt bist, hab ich noch nicht... Okay. Erstmal Ausdauer regenerieren. ...und. Ug, ich weiß nicht nicht mehr. Ich habe hier noch keinen Punkt. Oh mein Gott. Ich habe hier noch nie. Der, dass es sei, die neue Welt liegt. Ich habe hier noch garanzueren. Wie ist das so? Das ist? Wenn du viele, die in meinem Leben weg. Ich habe hier noch nicht mehr geplant. Was ist das? Du kannst wieder gegen Wölfe. Nö, nö. Kannst du mich wiederbeleben? Aber sicher doch. Kein Problem. Keine Ausdauer mehr gehabt. Dankeschön. Mein flammenberührter Freund. Zuerst warst du meine Retterin. Die anderen Kinder haben mich ausgelacht, als ich nicht lesen und schreiben konnte. Du hast sie in den Dreck geschubst, zurückgelacht und mir Geschichten vorgelesen, bis ich die Wörter lernte. Du warst schlauer und mutiger. Später warst du meine Liebste. Händchen teilten am Flussbett gestand ich dir. Du hast mir das Herz gebrochen, du feuriger Wirbelwind. Ich hab dir verziehen, wie könnte ich auch nicht. Wenigstens warst du ehrlich zu mir. Und was bist du jetzt? Eine ausgebrannte Hülle, zersetzt von Wut. Von der Frau, die immer eins wichtig war, ist nichts mehr übrig geblieben. Ich wollte dich abhalten, dich warnen, aber du warst ja immer zu stur zum Zuhören, nicht wahr? Nice. Ich glaube, wir müssen... Bissen wir da hoch? Ja, sieht ganz danach aus, oder? Aber wie? Da sind so Jump-Teile. Ja, ich stehe schon auf der anderen Seite davon. Okay. Aber hier geht's halt nicht weiter. Nee, der sagt mir hier Standort unten. So, aber wo bist du denn? Du hast mir wieder nicht in meinem Kopf, was angezeigt. Nee, weil wir zu nahen beieinander stehen. Alles voll mit Pilzen. Ich höre da doch so etwas wie Gestöhne. Nice. Und hier geht's auch nicht weiter. Nö, hier unten geht's auch nicht weiter. Jetzt ist der Standort oben. Ah, ich habe hier eine Gebäudestruktur gefunden. Und da sieht es auch aus wie ein Eingang, aber wir sind von der falschen Seite gekommen. Wow, was war das? Oh. Mein Rucksack ist voll. Kannst du nehmen? Jo. Ich würde sagen, nach Hause zurückkehren und dann... Ne. Ich habe gerade aufgeräumt. Ich hatte ja noch ganz viele von der Eismoni, die ich jetzt löschen konnte, weil ich dieses ewige Dings bekommen habe. Ah. Yes. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Ne. So wie ich das sehe, müssen wir von der anderen Seite kommen. Hm. Oder wir gucken mal... Ne, da war ja dieser komische Fluss. So, wo bist du? Ah, da. Ich habe ein Häuschen gefunden. Oh. Warte mal. Wenn du willst, kannst du dich gleich zu einem Altar teleportieren. und dann sind wir auf der anderen Seite. Du hast nicht die Möglichkeit, mich aufzuheben, oder? Äh. Moment. Hm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei dem Versuch sterbe, ist sehr hoch. Ich suche... Oh, oh. Ich habe eine erhöhte Position gefunden. Moment. So. Oh, oh. Das geht schief, oder? Ja. Oh, oh. Ich guck nochmal hier um die Ecke. Hey, das sieht nicht so aus, als ob man da hoch könnte. Ja, ich bin auch gerade... Ich habe gerade auf aufgeben gedrückt. Ja, aber du musst ja zu dem Standort zurückkehren. Hm. Oh, ich wüsste aber, wie wir da hinkommen. Das ist... Nach dem Erbauer könnten wir, äh, deine Sachen holen. Wenn du dich zu dem Altar teleportierst. Oh, du fliegst. Ja, ich... Weil, dann könnten wir erst den, äh, den Schreiner holen. Dann laufen wir wieder zurück und dann können wir einfach runterspringen. Und dann können wir deine Sachen holen, wenn du willst. Ja, ich bin gerade schon auf der richtigen Seite vom Erbauer. Oh, okay. Ich muss ja jetzt nur noch hochkommen. Ach so. Ja, ich habe hier eine, äh, Brücke. Ja, ich glaube, ich bin da. Ah, okay. Oder zumindestens fast. Moment. 28 Meter wird es hier sein. Standort unten. Aber wo unten? Du musst den Berg runterspringen. Auf welcher Seite? Äh, in meine Richtung. Und dann ist das. Ich gucke es auf meinathe, was du mit dem Hedgehammer. Oh, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da nachidor. Ich bin da. Und dann bin ich da. Ich bin da. Ich bin da. Und dann bin ich da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ah, du bist da. Hi. Okay. Jetzt können wir hier rein. Oh, nö. Ich bin gleich tot. Hast du noch Heiltränke? Nein. Okay. 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 Ich hab den Heiltrank rüber geschickt. Dankeschön. Okay. 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 Oh, meine Waffe ist kaputt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab noch genau 25 Sekunden. Ich auch. Dann kann ich gleich zumindest meine Waffen reparieren. Ich meine, da wieder hin müssen wir ja sowieso, also von daher. Wo bist du gelandet? Ähm, an der Warte. Ah, dann reist du auch mal nach Hause, repariert deine Sachen und dann reisen wir zu dem Altar. Das Ding ist, ich hab das Gefühl, wenn wir sterben, sparen die ganzen Viecher richtig eklig einfach. Mhm. Aber wir haben neue Quests, ne? Echt? Mhm. Oh. Oh, nice. Bei der nicht. Und bei wem denn? Äh, bei der Jägerin und bei dem Alchemist. Okay. Okay. Never let the coals die. Uh, nice. Test der Fähigkeiten. Test der Fähigkeiten. Dein Schritt ist lautlos, dein Blick entschlossen, du warst auf der Jagd. Ich werde nicht fragen, welche Fährte du imstande bist zu lesen, aber deine Beute ist bestenfalls akzeptabel. Versuche etwas Tierfeld zu erbeuten, dann können wir reden. Was zur Hölle? Flammbu... Flammblut, mir sind beunruhigende Gerüchte zu Ohren gedrungen. Etwas Gutreskes geht in den Hochweiden vor sich. Eine Abscheulichkeit und ein Missbrauch des Elixiers. Bitte beende diesen Schrecken, bevor es zu spät ist. Flammblut, weißt du, warum man dich so nennt? Du entstammst einer Verbindung von den Erbauern und den Menschen. Die Flamme der Erbauer erlaubt es dir, das Miasmas unversehrt zu betreten. Aber ihre Glut wehrt nicht ewig. Mit dieser Kraft kannst du die Welt wieder aufbauen. Okay. So eben Shit loswerden. Oh mein Gott. und dich Jurherde und ich Was ist das? So, und dann eben noch Wasser holen. Oh mein Gott. Hm? Ich hab zu viel Mais gebaut. Nun. So, ich wäre bereit. Äh, warte, ich wollt noch eben... Hast du noch Wasser bei dir im Inventar? Ja. Ups. Okay, Moment. Ich pflanze noch ein bisschen Mais. Obwohl, davon haben wir eigentlich schon genügend. Ich wollt grad sagen, weil wir davon so wenig haben. Ja. So, einmal eben noch zum Alchemisten. So, ich, äh, hast du dich ausgeruht? Hm. Okay, Moment, das muss ich noch eben machen. Und du hast geschickt. von mir bekommen. Oh, dankeschön. Einmal so einen kleinen Heiltrank. Kann man bestimmt gebrauchen. Oh. Links ist noch so ein Vieh. Oh. Ja, die verfolgen einen ja. Das war frech. Okay. Ich hoffe jetzt kommen nicht noch mehr. Hm. Oh, oh Gott sei Dank. Oh, oh Gott. Oh, oh Gott. Ich weiß es nicht. Ja. Oh, wow. Oh, wow. Wir haben Kate Hathrow. Aber hier ist nichts mehr versteckt, ne? Hoppala. So und jetzt können wir nach links laufen. Und hier einfach runterspringen. Ja, da hinten ist auf jeden Fall noch irgendwo... Dein Tod. Okay, hier haben sich auch neue... Keine neuen Quests aufgetan. Ne. Gerüchte des Alchemisten. Nice. Oh Gott, wie bist du denn da hochgekommen? Das weiß ich gerade auch nicht mehr. Ich muss mal eben gucken, wo ich hochgekraxelt bin. Das war auf jeden Fall... Das war lustig. Um einen einzelnen Pilz von da oben zu holen. Okay, da wird... Da steht ein Haus. Okay. Aber du bist da nicht vielleicht komplett hinge... Ne. M-m. Ich bin da irgendwo hochgehöpert. Okay. Oh, oh. Hochgekommen bitte. Kann ich dir auch nicht sagen? Haha, sie ist knapp 120 Kilo leichter pro Bein. Damit kann man höher hopsen. Hallo Zuschauer. Ah. Did it. Hallo Zuschauer. Oh, so ein Aussichts... Oh. Oh, weil der... Ach. Der hat sich direkt ins Lagerfeuer gesetzt. Ähm. Das ist enttäuschend. Da ist nämlich gar nichts. Hm. 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 Hallo Zuschauer. Also einmal zurück nach Hause. Würde ich sagen ja. Oh. Oh. Ah, wohin. Oh, ich bin dann... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und wir können herstellen einen besseren Gleiter, einen Brennofen, eine Holzbadewanne, eine Holztoilette, ein Holzbecken, ein besseres Holzbett, eine Sonnenliege. Oh, eine Steinfeuerstelle. Cool. Oh, und hier die Fossilienvitrinen. Und Schaufensterpuppen. Bessere Türen, dekorative Sachen. Oh, und Geheimtüren. Geil. Oh. 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 Nice. Oh, die haben... Die haben jetzt vegane Gummibärchen bekommen. Jetzt ist Revolte. Okay. So, mal gucken, ob die anderen irgendwelche neuen Quests... Oh, der Schmied hat eine. Verlorene Ausrüstung. Verlorene Ausrüstung. Ach, wo ist sie hin? Früher hatte ich eine Kiste mit verwertbaren Materialien, aber sie wurde geklaut. Ich sag's dir, jemand hat sie genommen, während ich in dieser verdammten Kapsel geschlafen habe. Hör dich mal um. Ja, irgendwer hier ist ein dreckiger Dieb. Aber wir können jetzt eine Schutthake herstellen. Wow. Oh, er hat schon wieder eine Quest. Verlorene Ausrüstung. Eine Ausrüstungsruhe? Nicht so laut. Ja, ja, ja. Ich hab sie mir ausgeliehen. Wollte ein paar alte Projekte zu Ende bringen. Weißt du, aber wenn du es dem alten Oswald erzählt, verliere ich vielleicht noch meine andere Hand. Hör mal. Ich sag dir, wo du sie findest und du sagst gar nichts. In Ordnung? Okay. Alchemist hat auch noch eine Quest. Drei. Drei. Oh ja, wir haben die Mörser-Quest bekommen. Oh. Oh. Schade. Oh boy. Was ist schade? Ähm, ich konnte die nicht durchlesen. Hä? Wieso kannst du die nicht durchlesen? Weil du die alle angenommen hast. Hä? Aber du hattest die anderen eben auch angenommen und ich konnte die noch durchlesen. Oh, weil ich wahrscheinlich, wer mitten dabei war. Oh. Oh boy. Ich weiß nicht, ob wir das schon machen können mit dem Mörser. Und wenn, dann können wir direkt drei Quests auf einmal machen. Aber, da ich gleich los muss, würde ich mich jetzt schon verabschieden. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen, angenehmen Stream. Ja, danke. Gleichfalls. Spätestens Dienstag, danke schön. Bis dann, bye-bye. Bye-bye. Ciao. Ciao. Oh. Noch ein freundliches Gesicht. Eine hervorragende Ergänzung für unsere Gemeinschaft. Mörser des Alchemisten. Mein teurer Mörser ist verschwunden. Ich vermute, er befindet sich tief in meinem Turm nahe Distilsam. Bitte finde ihn für mich. Ich werde damit noch zu Größerem in der Lage sein. Inzwischen hast du die Erloschenen kennengelernt. Fahle Knochenhüllen, beseht vom Zorn und dem Fluch der Flamme. Die Legenden besagen, dass sie in großen unterirdischen Hallen unbekannten Ursprungsverband wurden. Ich habe während meiner Studien eine solche Halle entdeckt, aber ich konnte sie nicht betreten. Vielleicht kannst du es. Stell am besten, wenn möglich, ein Team zusammen und hinabzusteigen. Okay. Die geheimnisvolle Halle der Erloschenen. Die schaurigen Katakomben, welchen die Erloschenen im Beherbein gibt es also wirklich. Meine Tante Ellen hat immer Geschichten gesponnen. Aber du kennst sie ja. Sie war schon immer eine Märchenerzählerin. Wenn der alte Balthasar sie selbst gesehen hat, dann ist es wahr. Oh, denke an die Materialien. Die Architektur, die Schätze. Ich wünschte, meine kleinen Beine könnten mich auch dorthin bringen. Oh, nice. Hüte dich vor den Erloschenen. Der Eichemist hat dich beauftragt, die Hallen der Erloschenen zu betreten. Hüte dich vor den Erloschenen im Inneren. Diese Diebe versuchen einst, ein Teil der Flamme für sich zu beanspruchen und wurde von dem Erbauer zur Strafe verflucht. Nie wieder die Wärme eines anderen spüren zu können. Ich habe fast Mitleid mit ihnen. So, und die hat keine Quest, ne? Nee. Oh Gott. Hier sind ganz schön viele. Und hier. Ah, die Wukan-Zeremonie. Oh Gott. Da oben ist ja viel. So. Grab mal der Königin. Geschichte der Fäulnis. Brückenbericht. So. Das hier ist das düster dickig. Da würde ich eigentlich mal gerne hin, aber eigentlich würde ich die Mission gerne mit Manie zusammen machen. Hmm. Was ist das? Hmm. Man könnte ja trotzdem da hinreisen und nicht die Missionen annehmen. So. Aber ich glaube, da gab es dann endlich andere Sachen. Sowas wie Oh, da ist ein Haus. Hatten wir das schon? Ich glaube, ja. So. So. Oh. Okay. Okay. Okay... Eigentlich müssen wir in die Richtung Verdammt Oh, wow So eine einzelne Lichtung So Okay, das sollen wir anscheinend Angreifen, weil das die Gerüchte der Als Alchemisten sind Dann gehen wir da nicht hin Oh Gott Okay, die waren ein bisschen härter So 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 Das ist der düster dickig, glaube ich Das ist das Grab mal der Königin Alter Nerv nicht Okay Ich glaube, hier kriegt man ein anderes Holz War ich der Meinung Muss man mal nachgucken Auf jeden Fall ist das hier Hier sollte man mehr von diesem Harz bekommen Hier sind noch normale Holzscheide Okay Und noch was anderes Ich weiß nur gerade nicht mehr, welches das war So Eben die Nacht überspringen Das sagt mir hier noch Das sind zwei Spieler online Ich gehe mal eben ins Hauptmenü und starte einmal den Server neu Kann ich hier irgendwie sagen, dass er speichern soll Ich würde jetzt einmal aimfix den Server neu starten Einfach nur safety first Ich gehe mal Untertitelung des ZDF, 2020 So, Server neu gestartet Oh, das ist ein sauberes Glückwunsch dazu Okay Ja Deswegen hatte ich mir das auch rausgesucht Weil du einfach wirklich diese Schöne One-Click-Automatik hast Und ich finde das ganz nice Und es ist halt total easy Und ich finde das ganz easy ich glaube zu dem zeitpunkt also mit m brauchst du dir da keinen kopf drüber machen weil es einfach funktioniert ja das funktioniert ohne probleme der docker container ist ja einfach nur wie eine vm die da drinnen läuft halt nur noch kleiner noch barebone mäßiger kelvins ruhe oh stufe 8 ja ich weiß nicht also du kannst dich einfach auf die container draufschalten und deine einstellung da anpassen so wie du es haben möchtest also gefühlt ist das eher so richtung vm nur dass die anwendung halt in einem einzelnen container läuft ja 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 also da wine läuft da drin aber die anwendung läuft dann halt über den docker container ich weiß ich glaube du brauchst dann nur also der wine der server läuft im hintergrund und du kannst an einzelnen anwendungen der drinnen starten und die anwendung sind in dem fall halt die server von zb entschroudet also das funktioniert mega ja 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 Okay. Ja, das kenne ich. Ups. Ja, das kenne ich. Also so wie ich das bis jetzt gesehen habe bei Amp, kannst du alles in Docker-Containern starten. Und wenn zum Beispiel, ähm, das einzige, was ich ein bisschen problematisch finde, ist, wenn ein Update für ein Spiel rauskommt, ähm, musst du den kompletten Server einmal durchstarten, damit er sich die Updates von, ähm, hier von, von Steam zum Beispiel runterlädt. Oh. 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 Das war's für heute. Genau, aber du kannst halt auch die Linux-nativen Sachen in einem Docker-Container starten lassen. Das funktioniert auch. Okay. 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 Okay, hier können wir noch nicht hin. Okay. 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 Kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich hatte den Eindruck, also... Okay. 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 Ich starte mal eben. Entschuldigung. Ich werde es nicht mehr aufrollen. So, wo konnte man noch mal Leben finden, entschraudet? Okay, hier. Huh. Gehen wir mal gucken. Gehen. 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 Okay. Okay. Oh, Kupfererz. Okay. Gibt es hier auch noch irgendwo Lehm? Okay. 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 Das sieht nach dem aus. Ah, viel zu hoch. Okay. 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 Ja. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. 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 So... Okay. 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 So... Okay. Ah... Wieso ist das dann da oben? Ne Waldrübe. Wieso? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Hm. Hm. Nice. Okay. Okay. Konstelliert das? Okay. 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 Nice. Okay. Jetzt können wir ordentlich Leben abbauen. Okay. 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 Das war's für heute. Okay. Okay, das ist gut. Das ist mega. Das ist mega. So, dann können wir doch mal zurück und gucken mal, was wir jetzt herstellen können. Oha. Oha. Hast du irgendwas? Oh. Brennofen. Oh, fuck. Okay, dann stellen wir davon 10 Stück her. Und haben die hier hinten irgendwas? Oh, sie hat eine Quest. Tierfälle erhalten. Okay. Fuck's fucker. Okay. 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 Uh. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Oh. Tonfeuerstelle. 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 Oh. Laubbaum. Düsterdeckig. Grünplatz. Okay holen wir nochmal eben Wasser. Mal gucken ob wir dann. Äh ja mal gucken. Oh. 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 So Rübensetzling und hier machen wir Flax. Jetzt stellen wir Flax her. Nagel. Oh. 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 Gebrannte Ziegel. Okay. You've got a good eye, Flameborn. Kann ich hier noch was anderes herstellen? So. 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 Kannst du noch was neues herstellen? So. Like. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, ich würde mal eben eine ganz kurze Pause machen Und dann sehen wir uns gleich wieder Und dann gucken wir mal, was wir hier weitermachen Weil an sich Könnten wir hier das eigentlich alles erkunden Aber das wäre ein bisschen unfair Mani gegenüber Deswegen machen wir das nicht Weil wir hier einen ganzen Haufen Quests noch zur Verfügung haben Genau Deswegen gucken wir mal Und das ist Flammenblutquests Also, ich mache eben eine kurze Pause Und dann sehen wir uns gleich wieder Also Bis gleich Und dann sehen wir uns gleich wieder 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 Oh, kleinen Moment. Oh, kleinen Moment. Toll, Essensbestellung nicht möglich. Oh, kleinen Moment. Oh, kleinen Moment. Oh, kleinen Moment. Oh, kleinen Moment. Oh, plünderer Mutter. Hmm. 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 Okay. 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 Okay.